Hi Freunde und herzlich willkommen, hier war ArchieGaming, Flo wieder am Start. Heute ist der nächste Team of the Season Tag und wir wollen uns heute vor allen Dingen um das Eredevise Team of the Season kümmern, denn wir haben heute die garantierte Eredevise Team of the Season Upgrade SBC draußen. Nicht nur das ist heute an diesem Dienstag gekommen, wir haben außerdem die 84 plus Player Pick SBC, wo wir einige von machen, genauso wie von der TOTS Upgrade SBC, die UEFA Marky Matchups. SBC ist wieder da natürlich, Champions League Abend ist heute da, also haben wir heute auch wieder die UEFA Marky Matchups draußen, UEFA Top Spiele und genauso auch eine kleine weitere Puzzle Squad Building Challenge mit einem Megapack, wohlgemerkt. Alles gemeinsam zeige ich euch heute hier in diesem Video, wir gucken auch kurz in die Objectives rein, da gibt es auch was Schönes, Neues, wie ich finde und heute können wir rundum schon auf jeden Fall sagen, ein richtig geiler Content Tag, was heute alles rausgekommen ist. Bevor wir rein starten, gerne wieder Liebe da lassen, lasst uns auf jeden Fall die 500 Likes voll machen, Dankeschön für euren Support, nehmt euch kurz die 2 Sekunden Zeit, zerstört mal ordentlich den Like-Button, Freunde, Dankeschön für euren Support, gerne interagieren mit dem Video und am liebsten natürlich bis zum Ende schauen, um Watchtime da zu lassen, Dankeschön für den Support. Heute Mittag, und das vorneweg, ist ein Playstation Plus Pack rausgekommen, Ich weiß, dass viele gefragt haben, liest es mit dem Playstation Plus Pack aus, und falls ihr, ja, aufmerksam wart heute, dann habt ihr auch schon im Community Tab das Ganze gesehen, und zwar habe ich euch, ich packe euch mal die beiden Links unten in die Beschreibung rein, die ersten beiden Links sollten euch da hinführen, und zwar zu meinem Playstation Plus Pack, und zum anderen zeige ich euch, wie könnt ihr euch denn das Playstation Plus Pack eigentlich abholen, Da habe ich viele, viele Fragen reinbekommen, und deshalb habe ich zwei Clips für euch auf dem Clips-Channel hochgeladen, insofern lasst auch, damit ihr da nichts verpasst, gerne ein Abo auch da lagen, und wie gesagt, warum mache ich das, natürlich ist das schnell für euch dann da, und deshalb habe ich das heute Mittag direkt für euch online gestellt, also gerne auch den Clips-Channel einmal abchecken, und auch Liebe da lassen. Ja, Dankeschön dafür, jetzt aber zum heutigen Content hier auf dem Haupt-Channel, und da fangen wir an mit den Zielen. Also, Meilensteine, Freunde, Meilensteine, Team of the Season Tour, lasst mir natürlich gerne wissen, wie eure Meinung ist zu dem heutigen Content-Video, und lasst mich gerne, wie gesagt, das in den Kommentaren wissen, aber am wichtigsten, schreibt mir mal in die Kommentare, was hattet ihr in eurem 84-Plus-Player-Pick, und was hattet ihr in ihrer Devise Team of the Season Upgrade-Pack drin, schreibt mir das in die Kommentare, und wenn ihr das Playstation Plus-Pack gemacht habt, dann geht mal auf den Clips-Channel, und schreibt mir da unter mein Video in die Kommentare, was ihr in eurem Pack drin hattet. Also, Team of the Season Tour ist da, 45 Tage wohlgemerkt, wir bekommen 5 83-Plus-Selten-Effix-Spieler-Pack zurück, und können hier easy das Set einmal holen. 5 Spiele auf dem Transformer kaufen, ja, schließe 2 Squad-Banding-Challenges ab, okay, gewinne 3 Squad-Banding-Partien, auf Amateur wohlgemerkt, spiele 4 Online-Freundschaftspiele, spiele 5 Rivals-Partien, erziele 30 Tore, und dann bereitet Squad-Banding-Amateur 10 Tore mit Mittelfeldspielern vor. Wir bekommen hier ganz entspannte Packs, wie ihr seht noch, klein fein Bonus-Sets, also hier auf jeden Fall schon mal eine richtig geile Meilenstein-Aufgabe, das Nummer 1. Nummer 2, wir gehen zu den SBCs, ist folgendes, und zwar im Live-Segment fingen wir folgendes heute, keine neue Spieler-SBC, sondern schöne weitere Upgrades. Wir haben zum einen, und zwar die 84-Plus-Spielerwahl draußen, wir haben 3 zur Auswahl, können uns da entscheiden, das Ganze ist sogar einmal wiederholbar, also ist jetzt 2 Tage da, und quasi heute, da ihr seht den Counter, 23 Stunden, könnt ihr also einmal innerhalb der nächsten 23 Stunden das abschließen, und dann morgen, sobald die nächsten 24-23 Stunden anfangen, noch einmal das Ganze wiederholen. Ihr müsst folgendes dafür abgeben, und zwar eine 83er Great in Squad, Teamspiel ist bei 70, keine Special-Karte, und Ansatzspiel im Team sind 11. Geile SBC, meiner Meinung nach, sehr, sehr coole Geschichte, werden wir gleich einige von machen. Dann, Ehre-Devise, Team of the Season Upgrade, auch das ist da. Wir können wahrscheinlich jetzt immer damit rechnen, dass Dienstag das runtergeratete Team of the Season kommt, also von den Nicht-Haupt-Ligen sozusagen, und dann von den Haupt-Ligen wahrscheinlich immer Donnerstags. Ihr seht, es läuft in zwei Tagen ab. Ich kann mir vorstellen, dass Dienstag, Donnerstags quasi, ja, dann quasi das immer rauskommt wöchentlich. Also heißt, am Donnerstag können wir wahrscheinlich damit rechnen, dass dann Community-Team of the Season garantiertes Pack rauskommt, und dann halt, wie gesagt, die nächsten Wochen genauso fortlaufen. Dienstag, Donnerstag immer der Wechsel, aber hier bekommt ihr auf jeden Fall ja alles mit. Was müssen wir dafür abgeben? Und ich war wirklich schockiert. Es war extrem günstig, oder es ist extrem günstig. Ein 84er Great in Squad mit 65 Teamspiel, keine Special-Karte wieder, und in dem Sinne eine richtig geile SBC. Lasst mich gerne eure Meinung wissen, 65 Teamspiel, wir haben das Ganze jetzt hier mit einem Premier League Squad hauptsächlich gemacht, und deshalb werden wir das Ganze jetzt hier einmal abgeben. Für den Eredivisium Team of the Season, geile Geschichte, gefällt mir extrem, extrem gut. So, das Nummer 1 werden wir natürlich wunderbar testen, aber wir haben auch noch eine kleine Challenge am Start, ein Mega-Pack-Untrail gibt es da zurück, also wärmste Empfehlung auf jeden Fall für euch, dass ihr dieses Set einmal öffnet. 75 plus, oder 75er Great in Squad, kann auch gern Höhe sein, wie gesagt, was wollte ich damit sagen. 95 Teamspiel, okay, ist ein bisschen viel, aber maximal vier aus einem Verein, und mindestens vier Länder, mindestens vier aus derselben Liga, also das ist ganz, ganz easy, dieses Mega-Pack einfach mitzunehmen, auch hier eine coole Puzzle-SBC, und das ist natürlich nicht genug, sondern UEFA-Torchspiele, wie gesagt, auch am Start, da wieder die beiden Halbfinals, Real Madrid, Manchester City, 81er Great in Squad, 79er Great in Squad bei Villarreal Liverpool, da bekommen wir dann auch nochmal kleine feine Sets, nicht die größten, und dann Gruppenrewarden, seltenes Elektrospieler-Pack, immerhin das 30k-Set. Also, rundum auf jeden Fall, finde ich persönlich, vier geile Squad-Binny-Challenges, aber ihr seid hier, weil ihr wissen wollt, ist das Set top, oder ist es flop, und deshalb wollen wir natürlich dieses wunderbare Set einmal testen. Ja, und deshalb gehen wir hin, wir machen gleich erstmal noch ein Mega-Pack auf, wegen der Puzzle-SBC natürlich, haben wir es denn hier am Start, das garantierte Irre-Devise-Team-of-the-Season-Pack? Gut, Freunde, hier auf dem Account, weil wir zu viele Sets angespart haben, ist es jetzt gerade nicht zu finden, und deshalb werden wir jetzt erstmal ein Mega-Pack öffnen. Ja, kann von mir auch wahrscheinlich jetzt nicht das Trader-Pack, das Trader-Pack erstmal sein, und dann gehen wir gleich zur Web-App natürlich, und öffnen das Irre-Devise-Team-of-the-Season-Pack, das erste zumindest hier, für das heutige Video. Come on! Ja, das Mega-Pack gilt leider noch nicht, wir haben Deutschland, glaube ich, gehabt, Flammen, es ist ein Sané, es ist sogar das Trader-Pack dann gewesen, ZOM-MS, sehr, sehr nice, kann man direkt mal hier draufstellen, Encore, aber, ja, warum nicht, Freunde? Also, damit rein zum Irre-Devise-Team-of-the-Season-Pack Nummer 1, und zu den nächsten 84-plus-Player-Picks, let's go! So, Freunde, da sind wir am Start, Irre-Devise-Team-of-the-Season-Pack Nummer 1, komm, Daumen drücken, Pack-Line in die Kommentare, 3, 2, 1, let's go! Und es wird, oh, hab ich auf jeden Fall noch nicht am Start, Gakpo wird es, da können wir direkt mal auf den Preis, einmal schauen, erstmal rein in den Verein mit der Kollege, natürlich Untrainters-Pack, falls es noch nicht welche wissen, also, wir sind da bei ungefähr 36.000 Münzen, Grabenberg wäre natürlich extrem nice, da gucken wir gleich mal weiter, Anthony sieht auch sehr, sehr nice aus, bei fast 200k, Timber als Innenverteidiger, falls noch nicht da, und der Rest ist relativ günstig tatsächlich, also schauen wir mal rein, in die nächsten Packs, und hoffentlich kommt was Gutes rum, vielleicht ja auch, wie gesagt, bei der 84 Plus Player Pick SPC, falls ihr euch gefragt habt, was kostet der ganze Spaß, wir sind hier bei 20.000 für die UFA Marki Matchups, 5.000 Münzen für die Puzzle SPC, 20k für die 84 Plus Player Pick und roundabout, jetzt kurz nach 19 Uhr, 40.000 Münzen, ihr habt es gesehen, extrem günstig die SPC, Empfehlung geht auf jeden Fall raus, und damit rein in die nächsten, let's go! So Freunde, da haben wir das 84 Plus Player Pick, 87er Müller, das höchste der Gefühle, und dann direkt rein in das Nest, Erede Wiese Team of the Season Pack, zu viele wollen wir heute, wie gesagt, nicht machen, einiges auf jeden Fall da, ich habe eben schon im Livestream Chat mit der Komisie gequatscht, also sind sie alle unschlüssig, gehe ich auf eine Spieler SPC, mache ich jetzt erstmal 84 Plus Player Pick, mache ich das Erede Wiese Team of the Season Pack, ich meine, es ist ja auch ein bisschen was an Zeit da, ihr habt ja jetzt nicht nur 23 Stunden, aber nichtsdestotrotz, ihr habt jetzt zum Beispiel 16 Sets am Start, das ist natürlich schlau, nicht zu viele Sets anzusparen, so ist das auf jeden Fall immer sichtbar, ist natürlich auch nicer, das Ganze dann zu öffnen, eben an der Konsole, so, komm yay, was haben wir, lange schwarzen Bildschirm, haben wir auf jeden Fall, oh, jetzt wird der Rechtsverteidiger, auch nicht teuer, verwunderlicherweise, richtig guter Rechtsverteidiger, Masraoui, ist am Start, im zweiten Pack, und wir gehen ins nächste, let's go, so Freunde, das nächste Eredevise Team of the Season Pack, der nächste Spieler, Alain, bis jetzt auch kein Doppel am Start, und er hat auch zu viele Sets angespart, let's go ins nächste, also Freunde, ich sehe es schon, ihr habt Probleme, das auch über die Konsole zu öffnen, hier der nächste Player Pick, der geht absolut gar nicht, und das Eredevise Team of the Season Pack, was gönnt das, schauen wir mal rein, ja, es ist ein Unterstall, wieder ein neuer, diesmal der Torhüter, so Freunde, zum Abschluss, das letzte Eredevise Team of the Season Pack, ich habe, wie gesagt, gesehen, oh, wieder Unterstall, ihr habt Probleme, die Sets zu öffnen über die Konsole, was ich euch nochmal sagen will, ihr habt jetzt gerade gepostet, das La Liga Team of the Season Voting, ist heute auch wieder draußen, ich weiß nicht, ob ich ein separates Video dazu machen soll, morgen Mittag vielleicht, I don't know, auf jeden Fall könnt ihr jetzt, fürs La Liga Team of the Season Voten, wenn ihr Bock habt, das soll es gewesen sein, für den heutigen Tag, lasst Liebe da, und wir sehen uns dann morgen, in alter Frische wieder, haut rein, euer Flo von Archie Gaming, Ciao Leute!